Ich so schnell zum Predigen komme, ich hoffe ihr seid bereit, alles klar. Wir haben heute den Visionssonntag, wir wollen aber nicht nur irgendwelche Sachen benennen, die uns als Gemeindeleitung wichtig sind und das irgendwie so abhaken, sondern wir wollen auch ein geistliches Fundament legen und auch geistliche Akzente setzen und so möchte ich einen Predigtimpuls in unsere Mitte stellen, der ja grundlegend sein soll, auch für dieses Jahr, sicherlich dann nicht immer in jedem Gottesdienst, aber grundlegend und auch über das Jahr hinaus, weil ich denke, das hat mit unserem Leben zu tun und das ist wichtig. Tatsächlich greife ich hier in das Johannes-Evangelium rein und möchte zwei Texte miteinander in Verbindung setzen und ein Thema dadurch highlighten und uns etwas Vorgeschmack machen auf das, was kommt. Also, lassen wir uns mal starten mit der ersten Bibelstelle, bekannte Bibelstelle aus Johannes 10, die Verse 7 bis 10. Johannes 10, 7 bis 10. Deshalb fuhr Jesus fort, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Dieb und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das große Bild, was Jesus hier aufzeichnet, Jesus der gute Hirte, Jesus auch die Tür, so ein Doppelbild und dann gibt es auch die Schafe, die Schafherde. Das sind die Gläubigen, das ist das Volk Israel im Alten Testament. Das sind aber die Gläubigen, die an Jesus glauben im Neuen Bund, letztendlich diejenigen, die Jesus nachfolgen. Hier gibt es eine Gegenüberstellung in diesem Abschnitt und in diesem Bild von den Dieben und Räubern und von dem guten Hirten. Dieben und Räuber, das sind diejenigen, die etwas mit der Herde zu tun haben, mit den Schafen zu tun haben, aber auf eine böse und ungesunde Art und Weise. Damals bezieht Jesus dieses Bild der Diebe und Räuber auf die frommen religiösen Leiter der Zeit, die für ihren eigenen Nutzen sich auf die Herde Gottes einlassen, aber letztendlich zu ihrem eigenen Vorteil die Schafe rauben wollen und letztendlich Verderben da ist, weil sie nicht durch die Tür, durch Jesus Christus an den Glauben, an den Messias hinein zur Herde gehen. Bisschen komplex, möchte auch gar nicht zu detailliert darauf eingehen, aber es geht um diesen Punkt, dass Jesus sich darstellt als der gute Hirte, der eine andere Absicht für die Schafe und mit den Schafen hat, als sie zu stehlen und zu verderben und zu schlachten. Und das, was Jesus sagt und wie er sich dort ja darstellt, ist, dass er der gute Hirte ist, der für die Schafe, für die Schafherde Leben bereithält. Und das nicht nur in der körperlichen Art und Weise, so, ja, du bist auch lebendig, weil du halt atmest so und auch isst, sondern in der Art und Weise, dass Jesus Leben bereithält, ganzheitliches Leben, Leben in ganzer Fülle, wie er es hier beschreibt. Leben in ganzer Fülle. Er verspricht ein Leben in der Rettung und auch in der Sicherheit, ja, Geborgenheit, letztendlich auch Versorgung, da ist davon die Rede, dass hin und her gegangen wird von dem Schafstall und dann auf die Weide, wo frisches Gras ist. Das sind so die Bilder, die da mitschwingen. Also Jesus, er möchte nicht Profit aus seinen Schafen schlagen und er möchte die Schafe nicht für seinen eigenen Nutzen missbrauchen, sage ich mal, sondern er möchte sich investieren in die Schafe, damit es den Schafen gut geht, damit die Schafe Leben haben. So, ich hoffe, wir bleiben alle in dem Bild, ja, und das ficht uns jetzt nicht irgendwie komisch an, dass wir Schafe sind in dem Bild, sei mal ganz entspannt. Also Jesus, er meint uns, er als der gute Hirte meint uns Menschen und möchte das Beste für uns. Er möchte uns nicht nur gebrauchen, damit wir für ihn jetzt irgendwas tun, sondern er hat das Beste für uns im Sinn. Das ist das, was hier die Botschaft ist. Der gute Hirte, Jesus, dient den Schafen und er möchte, dass sie ein Leben im Überfluss haben, in anderen Übersetzungen heißt es hier ein Leben zur vollen Genüge. Und das Leben, was der gute Hirte hier verspricht, was Jesus verspricht, das ist nicht nur bezogen irgendwann auf die Ewigkeit, wo man sagen kann, naja gut, hier auf der Erde, da gibt es halt dieses Leben nicht und da müssen wir halt nur abwarten und dann, wenn wir gestorben sind und in der Ewigkeit sind, dann ist das Leben da, was er verspricht. Nein, das wäre zu kurz gegriffen. Der Befund des Neuen Testaments zeigt, dass das Leben, was Gott verspricht, dass es hier anfängt. Dass es hier schon da ist, dass wir es hier schon schmecken und sehen können, dass wir hier schon etwas davon mitbekommen, selbst wenn es noch nicht in Vollkommenheit da ist, dass wir sagen, hey, ist alles gut. Aber dass es hier den Anfang nimmt. Und das ist, glaube ich, wichtig für uns, immer wieder uns vor Augen zu halten. Jesus, er verspricht auch dir ein Leben in ganzer Fülle. Ein Leben, sodass du sagen kannst, ja, ich habe wirklich dieses Leben zur vollen Genüge. Kannst du jetzt vielleicht für dich kaum glauben, weil du vielleicht sagst, wenn du auf dein Leben schaust, ja, ich fühle mich eher wie so einer, der unter die Räuber geraten ist, wo mir Sachen gestohlen und geraubt wurden und dass ich dieses Leben, so wie Jesus es hier verspricht, nicht greifen kann und nicht für mich erlebe. Aber es gibt diesen Jesus, der auch dir sagt, für dich habe ich dieses Leben bereit. Dieses Leben, das eine Fülle beinhaltet, eine Fülle des Lebens. Vielleicht fragst du dich, ja, Nico, was macht dich denn so sicher, dass es keine leeren Worte von Jesus sind an dieser Stelle? Wie kann ich da Bezug nehmen, warum soll ich da glauben, warum soll ich vertrauen? Ich glaube, dass Jesus hier keine leeren Worte macht, klar, weil er grundsätzlich keine leeren Worte macht, aber weil das, was er sagt, gedeckt ist mit seinem Leben und Jesus als der gute Hirte ist ja nicht der gute Hirte, der nur, ich sage mal, nur eine nette Vision hat und sich dann wieder zurückzieht und sagt, naja gut, ich habe da so ein Traumgebilde euch aufgezeichnet und jetzt seht mal zu und wenn es nicht klappt, dann habt ihr Pech gehabt, sondern Jesus, er ist involviert, er ist mittendrin als Hirte und investiert sich mit seinem ganzen Leben für seine Schafe. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Herde. Er hat sich selbst am Kreuz geopfert für die Schafe, damit sie Leben haben. Deswegen sind es keine leeren Worte, sondern sie sind gedeckt von dem, was Jesus getan hat, sie sind gedeckt von dem Leben, was Jesus hingelegt hat als Opfer für uns Menschen. Von arabischen Hirten weiß man, dass sie wahrscheinlich ähnlich drauf sind von ihrem Handeln, wie auch damals die israelischen Hirten und das, was hier auch vor Augen ist. Man hat dann die Herde und die Hirten, die haben dann die Herde geschützt, nachts, indem dass sie Mauern aufgebaut haben, wie so eine Grundmauer, die hatte eine gewisse Höhe und dann hat man die Schafe nachts da reingepfercht und dann war da ein kleiner Durchgang, durch die diese Schafe dann in diesen Mauerpferch da reingekommen sind und auch wieder rausgekommen sind am Morgen und der Hirte selbst hat sich als die Tür in diesen Durchgang gelegt nachts. Also er hat sich in die Lücke gelegt und dort geschlafen, weil er die Herde geschützt hat, damit die Wölfe und die wilden Tiere, wenn sie nachts kommen, die konnten auch nicht alle so hoch springen oder so, sondern sie mussten auch, wenn sie an die Schafe ran wollten, mussten sie durch die Tür gehen und da war jetzt der Hirte. Und der Hirte hat mit seinem Leben dafür gestanden, dass er die Schafe geschützt hat. Dieses Bild, so im Hinterkopf haltend, hilft uns, glaube ich, zu verstehen, dass Jesus keine leeren Worte macht, sondern er hat sich in diese Lücke, in diese Bresche des Lebens hineinbegeben und er ist gestorben für uns, damit wir Leben haben. Jesus geht es um das Wohlergehen seiner Schafe. Jetzt sagst du vielleicht, ach, das hört sich ja super an in der Theorie und das nicken wir auch alle irgendwie ab, aber trotzdem ist es so, wenn man mal ganz ehrlich ist, dass wir vielleicht sagen, ja, dieses Leben in Fülle stelle ich mir noch ein bisschen anders vor, als das, was ich gerade erlebe und in der Hand halte und in meiner Lebenspraxis sich zeigt. Also wenn Jesus von Fülle spricht und du sagst, ich habe aber, ja, eine Handvoll vielleicht nur und es ist nicht die Fülle, dann ist da eine Diskrepanz da. Und dann kann das auch frustrierend sein, wenn dann der Pastor von hier vorne diese Bibelstelle rausholt und sagt, Jesus hat uns ein Leben in Fülle verheißen und er ist dafür gestorben und so und wir erleben dieses Leben in Fülle nicht. Dann kann das auch so sein, dass wir dann frustriert sind und auch resignieren und sagen, ha, ja, was mache ich denn falsch, dass ich das nicht so erlebe, wie es doch eigentlich verheißen ist. Woran liegt das denn? Warum ist das so schwer? Und das kann einen ganz schön bewegen und beschäftigen und auch mit unserer Gottesbeziehung was machen. Jesus, er verspricht uns tatsächlich dieses Leben in ganzer Fülle, aber es ist auch nicht so easy, dass wir sagen, ja, wir haben es alle sofort und es ist sofort alles da und so. Also es ist durchaus eine Diskrepanz da zu unserem Alltagsleben manchmal. Vielleicht hast du auch gedacht, so als du Christ geworden bist, ja, wenn ich Christ werde, dann habe ich ein problemfreies Leben. Gott ist da und Gott ist der, der die Wunder wirkt und alles ist gut und wenn ich bete, dann kommt auch sofort die Antwort und dann bist du vielleicht eine Zeit lang gegangen mit diesem Blick auf den Glauben und dann musstest du das revidieren, dieses Bild, ja, so ist es dann auch nicht. Ja, auch Christen durchlaufen Probleme und haben Herausforderungen in ihrem Leben. Und so musste man vielleicht seine Vorstellung, seine Wunschvorstellung vielleicht auch anpassen. Die Frage ist, wie verstehen wir auch dieses Leben in Fülle und was ist es? Es hat eine geistliche Dimension, ja, aber es ist jetzt nicht nur geistlich, sondern alles, was geistlich ist, das kommt ja auch in unserem Leben irgendwo an. Es hat auch eine Beziehungsdimension. Also da, wo wir ein Leben in Fülle haben, da soll die Beziehung zu Gott erfüllt sein, die Beziehung zu mir auch geklärt sein und auch die Beziehung zu anderen Menschen, die soll auch klar sein und positiv sein. Um diese Beziehungsdimension geht es, glaube ich, auch hier bei dieser Verheißung, dass Gott uns Leben in Fülle verheißt. Ich will nur sagen, wenn du an dieser Stelle, wenn dir das nicht so leicht fällt, dich darauf einzulassen und du spürst, da ist irgendwie eine Resignation, ein Widerstand da oder ein großes Fragezeichen, ja, wie und wo bekomme ich denn dieses Leben in Fülle und wie gestaltet sich das konkret? Ich glaube, du bist dann nicht alleine. Du denkst vielleicht, bei den anderen funktioniert das alles und die anderen haben das alles, dieses Leben in Fülle. Und ich glaube, nee, ich glaube, wir sind alle irgendwie unterwegs mit dieser Suchbewegung, wo ist es denn und wie sieht es aus und wo gibt es denn mehr Leben in Fülle? Und das ist, glaube ich, erst mal wichtig, das anzuerkennen und wahrzunehmen und vielleicht auch ganz neu diese Sehnsucht in diesem Jahr zu spüren, ich sehne mich nach mehr Fülle in meinem Leben. Und das ist eine gute Sehnsucht. Und Gott ist derjenige, den wir ansprechen dürfen und sollen mit unserer Sehnsucht nach mehr Fülle in unserem Leben. Leben, das sind nicht irgendwelche Gurus, ja, so, die uns irgendwas versprechen, sondern Jesus ist derjenige, der das Leben ist und der das Leben verheißt und an ihn sollten wir uns wenden und trotzdem ist es nicht so, zack, auf einmal da. Okay, das war so der erste Part, wo es um die Lebensfülle geht, um die Verheißung von Lebensfülle, die auch in unserem Leben da ist, diese Verheißung. Und ich möchte einen zweiten Text daneben stellen und versuchen, das zusammenzubringen, weil das, glaube ich, zusammengehört. Johannes 8, die Verse 31 bis 36. Zu den Juden, die nun an ihn, an Jesus glaubte, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich möchte das Thema Lebensfülle in Verbindung bringen mit dem Thema Freiheit. Freiheit. Und hier in dem Text ist von Freiheit die Rede. Freiheit durch Erkennen von Wahrheit. Also da, wo ich Wahrheit erkenne, wo ich erkenne, was wirklich ist, was echt ist, was von Gott ist, bekomme ich mehr Freiheit in meinem Leben. Freiheit auch von Sünde. Hier ist davon die Rede, dass man in Sünde verstrickt ist, versklavt ist und dass Gott uns freimachen möchte auch von Sünde. Und letztendlich das große Thema Freiheit durch die Begegnung mit Jesus Christus, dem Sohn, der die Autorität hat, uns in Freiheit hineinzuführen. All das hier in diesem Bibelabschnitt. Interessant hier, dass die Juden, und die waren willig, an Jesus zu glauben. Hier ist davon die Rede, dass sie an Jesus geglaubt haben, die ich hier direkt eher vor Augen hatte. Und diese Juden hatten aber auch zu dem Thema Freiheit und Versklavung, hatten die auch nicht den kompletten Durchblick so. Sondern sie hatten das Empfinden von sich selbst, dass sie frei wären. Und dann spricht Jesus sie an, hier in Vers 33. Und dann sagen sie, wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wenn man jetzt die Geschichte des Volkes Israels anschaut, dann weiß man, das Volk Israel hatte definitiv auch immer wieder mit Versklavung zu tun. Volk Israel in Ägypten, 400 Jahre versklavt. Später in Babylon, wo sie auch nicht frei waren. Und selbst zu der Zeit hier, wo Jesus gelebt hat, und auch die Adressaten hier von diesem Bibeltext, da waren die Römer. Nicht, dass die Römer jetzt jeden einzelnen Juden versklavt hatten, ganz persönlich, aber es war eine Form von Unterdrückung und Versklavung und keine Freiheit. Also es war ein Entzug von Freiheit eigentlich. Aber die Juden selbst hier in dieser Begebenheit haben das Gefühl, wir sind frei, wir sind nicht versklavt. Und wir waren auch nie versklavt. Ich glaube, das ist oft der Fall, dass wir zu dem Thema Unfreiheit in unserem eigenen Leben oft nicht klar sehen. Also wir denken oft, ja, es ist nicht so schlimm. Ich bin irgendwie frei, ja, so. Aber wir kriegen nicht mit, dass wir eigentlich in vielen Unfreiheiten leben. Vielleicht sagen wir auch, naja, ich habe mich vor 20 Jahren bekehrt, ja, und Jesus hat mich von meiner Sünde befreit und ich wurde ja auch getauft und so. Ja, alles gut und richtig, aber es kann sein, dass ich trotzdem immer noch an manchen Punkten in meinem Leben in Unfreiheit und in Gebundenheiten bin, wo sich das Leben, was Gott mir verheißen hat, nicht so entfalten kann, weil ich irgendwie ganz vielfältig versklavt sein kann. Was kann das denn sein? Was gibt es denn für Unfreiheiten in ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens? Da gibt es eine lange Liste, die man da nennen kann. Also, klar, Sünden, die wir tun, Gewohnheitssünden, Tatsünden, wo Sachen praktisch werden, Dinge, die wir denken, falsche Dinge, die wir denken, Süchte, in denen wir verstrickt sind, ganz vielfältig, ja, und es gibt die ganze Palette. Das ist die Frage, an welche Sucht du gerade denkst. Oder Ängste, die wir mit uns herumschleppen, Menschenfurcht, dass wir uns nicht trauen, Dinge zu tun, weil wir immer denken, ja, was denken denn die anderen, wenn ich das jetzt mache und so, das ist eine Form von Unfreiheit. Oder Kontrollzwänge, ja, ich muss alles in Kontrolle halten, alles muss ich im Griff haben und nur so funktioniert mein Leben. Innere Verletzungen und Lebenswunden, die lassen uns auch unfrei agieren und immer aus dieser Geschichte heraus unterwegs sein. Unvergebenheiten, letztendlich ist jede Form von Krankheit und auch eine Unfreiheit, ja, ich bin eingeschränkt, sei es körperlich, sei es psychisch, ich bin nicht frei und kann mein Leben nicht so anpacken. Ich glaube, ein ganz großer Bereich sind Lügen, die wir glauben, vielleicht von klein auf, ja, irgendwelche Sätze, die wir gehört haben, ja, du kannst nichts, du bist nichts, du bist zu dumm, du bist zu klein, und was auch immer, die uns prägen und die uns versklaven und die was mit uns machen. Letztendlich all das, was uns ein falsches Bild über uns selbst einredet, ein falsches Bild vielleicht von Gott auch zeichnet oder ein falsches Bild von den Menschen um mich herum, ja, alle Menschen sind böse, alle haben was gegen mich. Wenn du mit dieser Haltung des Lebens gehst, dann bist du unfrei, dann ist es schwierig, dann denkst du immer, da ist eine Bedrohung hinter jeder Ecke. Letztendlich auch eine falsche Vorstellung von unserem Leben mit Gott, ja, wie sieht denn eigentlich das wahre christliche Leben aus? Und auch da können wir Vorstellungen haben, die einfach schlecht sind und die nicht hilfreich sind. Und da gibt es noch viel, viel mehr, Unfreiheiten. Und das ist ein großes Thema. Die Frage ist, wenn ich jetzt darüber rede, von Freiheit und Unfreiheit, von Versklavung und so, wo entdeckst du dich wieder? Wenn du auf dein Leben schaust und ganz ehrlich bist und das würde ich mir wünschen für dieses Jahr, lass uns mal ehrlich einen Blick drauf schauen auf unser persönliches Leben, wo entdeckst du, dass du noch unfrei bist? Wo entdeckst du, dass du gebunden bist? Wo entdeckst du, dass irgendwie Sachen noch nicht so sind, dass du sagen kannst, das volle Leben entfaltet sich gerade? Was macht es dir schwer, dass du in Bezug kommst zu dir selbst, dass du einen guten Umgang mit dir hast? Was macht es dir schwer, dass du einen freien Umgang mit Gott hast? Welche Blockaden, welche Widerstände sind da? Warum fällt es dir so schwer, in Bezug und in Beziehung zu leben mit anderen Menschen? Was hast du da für Punkte, die dich da aufhalten und die dich da abhalten? Jesus, er möchte uns befreien und das macht er nicht nur einmalig, wenn wir uns bekehren und wenn wir uns ihm hinwenden, sondern ich glaube, dass Jesus fortlaufend ein riesengroßes Interesse daran hat, dass er als der gute Hirte sich investiert in seine Schafe, damit es seinen Schafen gut geht und damit sie Wohlergehen haben, damit sie aufatmen, damit sie mehr ins Leben kommen, weil das ist sein Herzschlag für uns alle, Leben in Fülle. Und das ist ein lebenslanger Prozess letztendlich. Ich glaube, dass Jesus, solange wir hier auf der Erde sind, uns immer an die Hand nimmt auf diesem Weg hin in die Freiheit, immer mehr Freiheit und dass die Freiheit zusammengeht mit Lebensfülle. Ich will es jetzt nicht vereinfachen, dass ich sagen kann, Freiheit ist nur Lebensfülle und so auszuwechseln, aber ich glaube, dass dieser Aspekt der Freiheit ein großer Aspekt ist für Lebensfülle. Wenn ich in Freiheit lebe, dann komme ich in mehr Lebensfülle hinein, als wenn ich irgendwo verstrickt und gebunden bin. Leben in Fülle erlebe ich nicht, dann glaube ich, dass an der einen oder anderen Stelle in deinem Leben eine Form von Unfreiheit da ist und vielleicht nicht nur eine, sondern mehrere Formen von Unfreiheit da ist. Und dann ist es gut und wichtig, da drauf zu schauen, da hin zu schauen. Und das ganzheitlich. Und auch nicht alles immer nur vergeistlichen, also nicht immer auch zu denken, für jedes Problem gibt es auch immer nur eine geistliche Antwort, das kann auch ganz unterschiedlich sein. Gott hat uns mit Körper, Geist und Seele geschaffen, da gibt es körperliche Herausforderungen, gibt es seelische Herausforderungen. Alles ist da in unserem Leben. Und es gibt sicherlich unterschiedliche Antworten auch auf unterschiedliche Probleme. Ich glaube, dass Jesus uns in Erkenntnis führen möchte, wo wir stehen und wo wir feststecken. Nicht, um uns bloßzustellen, nicht, um uns die Wahrheit um die Ohren zu schlagen, sondern mit dem Herzenswunsch uns zu dienen und dass er uns in dieses Leben hineinführen möchte, mehr und mehr. Vielleicht denkst du, ah, persönliche Freiheit, so Freiheit, Freiheit für mich, ist ja irgendwie auch so ein bisschen so eine Ego-Geschichte, so egoistisch, ist das überhaupt hilfreich und biblisch, dass ich danach strebe, in mehr Freiheit zu kommen, geht es nicht um andere Sachen. Vielleicht stößt das bei dir gerade auf, dass es irgendwie um Selbstverwirklichung geht oder so. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es ein Selbstverwirklichungstrip ist, sondern ich glaube, es geht letztendlich um ein Heilwerden. Es geht um ein Heilwerden, dass wir mehr verwandelt werden in das Bild, das Jesus eh von uns hatte, ursprünglich, wie wir sein sollen. Der Zustand von uns, der nicht von Sünde und von dem Dunklen und von Finsternis belagert ist, sondern aufatmen, Freiheit, heil werden, Shalom, das ist das hebräische Frieden, Wohlergehen erleben, auf allen Ebenen unseres Lebens. Und ich glaube, dass diese Freiheit letztendlich Auswirkungen hat auf unser ganzes Leben. Und dass diese Freiheit Auswirkungen hat auf unsere Beziehungen, auf unsere Beziehungen zu uns selbst. Wie gehe ich mit mir selbst um? Kann ich für mich selbst auch sorgen? Kann ich mir selbst auch was Gutes tun? Habe ich selbst auch Raum in meinem Leben oder bin ich immer nur bei den anderen und muss gucken, dass die anderen alle versorgt sind, aber ich selbst gehe eigentlich drauf. Das ist dann schlecht. Das ist eine Form von Unfreiheit. Da, wo ich gut in Kontakt bin mit mir, da ist es oft auch so, dass ich auch Gott anders wahrnehme. Es hängt irgendwie alles zusammen, ja, geheimnisvoll. Da habe ich eine andere Beziehung zu Gott. Da kann ich Gott auch genießen. Wenn ich mich selbst auch für genießbar halte. Es geht irgendwie alles zusammen. Und da, wo ich mit mir und mit Gott in Beziehung bin, auf einer gesünderen Ebene, hat es auch Auswirkungen in meinem Beziehungsumfeld. Da, wo ich mit anderen Menschen gut in Beziehung sein kann. Und das sind die Auswirkungen von diesem Heilwerden, von dieser Freiheit. Also es geht nicht nur darum, zu sagen, ich erlebe Freiheit und super, ich bin frei, frei, frei. Nein, sondern letztendlich führt mehr Freiheit dazu, dass ich beziehungsfähiger werde. Und Beziehungsfähigkeit ist nichts anderes als gelebte Liebe. Also es geht ja darum, das höchste Gebot, dass wir Gott lieben sollen und den Nächsten wie uns selbst. und auch da kommt es zusammen, da, wo wir Freiheit erleben, steigt das Maß an Liebe, was wir erleben und geben können. Und es ist ein anderes Level von Liebe möglich, wenn ich frei bin. Es geht also nicht nur darum, dass ich von Dingen frei werde und dann ist gut, sondern es geht auch, dass ich zu etwas frei werde. Das ist das biblische Modell von Freiheit. Ich werde frei von Dingen, die mich belagern und belasten, aber mit einem Auftrag, dann diese Freiheit zu leben und zu gestalten, dass sie Auswirkungen hat und dass sie dienlich ist für das, was Gott vorhat. Vielleicht fragst du jetzt, ja, gibt es dafür ein Patentrezept? So, wie komme ich da hin? Wie mache ich das? Ich sage dir, es gibt kein Patentrezept. So, es gibt verschiedene Wege, verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Hilfestellungen, es gibt Werkzeuge, die helfen können. Ein bisschen was werden wir gleich noch hören, was wir uns für unsere Gemeinde überlegt haben. Aber letztendlich ist es individuell. Gott geht seinen Weg mit seinem Geist, individuell mit jedem. Wenn wir offen sind dafür, führt er uns in mehr Freiheit. Wenn wir nicht wollen oder wenn wir nicht können, dann ist es erst mal so und dann wird es einen anderen Zeitpunkt geben und dann ist es vielleicht noch nicht reif. Aber ich glaube, wir können Schritte gehen. Und mein Wunsch, auch unser Wunsch als Gemeindeleitung ist, dass wir in diesem Jahr 2023 dieses Thema stärker greifen und heben. Weil ich glaube, es liegt ein Schatz darin, in mehr Freiheit hineinzukommen. Es ist nicht easy, es ist kein auf den Knopf drücken und jetzt ist es so. Oder ein Gottesdienst, hier Visionsgottesdienst und zwei Predigtexte und jetzt ist gut. Das wäre schön. Dazu sind wir viel zu komplex in unserem Menschsein. Aber Gottes Geist, er kennt sich aus mit der Komplexität des Lebens. Gottes Geist kennt sich mit deinem Leben am besten aus. Besser als du selbst. Er durchdringt die Tiefen deines Seins und er begegnet dir da, wo du unfrei bist, wenn du sagst, ich wünsche mir mehr Freiheit. Komm Geist Gottes und diene mir, führe mich in diesen Weg hinein, dass ich mehr frei werde, damit ich mehr lieben kann, dass ich beziehungsfähiger werde, dass ich mehr Lebensfülle erlebe. Und zu diesem Weg möchte ich uns einladen. Zu diesem Weg möchte ich uns motivieren, dass wir in diesem Jahr bewusst unserer Sehnsucht nachspüren nach mehr Lebensfülle, dass wir da auch ehrlich sind und sagen, ja, ich spüre da gerade wenig, aber ich wünsche mir mehr und dass wir mit dieser Sehnsucht uns an Jesus, den guten Hirten, wenden. Sagen, Jesus, du hast es verheißen, schenk mir mehr Lebensfülle. Ich wünsche uns, dass wir in diesem Jahr bewusst den Unfreiheiten in unserem persönlichen Leben ins Auge schauen. Dass wir nicht drum herum gehen, dass wir nicht, wie hier die Juden in dem Text sagen, hey, ich bin gar nicht versklavt, ich war noch nie versklavt, alles ist gut, sondern schau drauf. Schau drauf auf deine Themen. Schau drauf, ja, was dich belastet und belagert und dir die Freude raubt. Ganz ehrlich. Und dann arbeite damit und halt es Gott hin. Ich wünsche uns, dass wir in diesem Jahr Jesus Raum geben in unserem Leben, damit er uns dienen kann als der gute Hirte und als der Befreier, als der, der in die Tiefen unseres Lebens hindurchkommt und hineinwirkt. Das ist seine Agenda für uns. Nicht nur in diesem Jahr, das wäre schade, das wäre traurig, sondern grundsätzlich. Er ist an der Arbeit und die Frage ist, sind wir bereit dazu, diesen Weg zu gehen? Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und du machst keine leeren Worte. Manchmal können wir das nicht alles greifen, was du sagst und manchmal erleben wir das auch nicht so, wie du es verheißen hast und wir reiben uns daran. Herr, aber ich bete so sehr, dass in uns diese Sehnsucht aufsteht, dass wir deine Verheißungen an diesem Punkt neu greifen wollen für unser Leben. Ich bete, Herr, dass du uns ziehst in deine Gegenwart und dass du uns mit deiner Wahrheit beschenkst, mit Erkenntnis deiner Wahrheit. Bitte dich, mein Gott, dass du uns in mehr Freiheit führst. Offenbare du uns, Geist Gottes, wo wir unfrei sind in unserem Leben. Hilf uns, dass wir alle Widerstände, alle Ängste, alle Scham, dass wir das überwinden können und dass wir dich ranlassen, dass wir uns auch öffnen vor anderen Menschen, wenn es hilfreich wäre. Herr, und ich bete, dass wir mehr Fülle des Lebens erleben, dass wir mehr beziehungsfähig werden, dass wir mehr in deiner Liebe unterwegs sind. Ich bete, mein Gott, dass du in diesem Jahr deine Akzente setzt, dass wir am Ende des Jahres sagen können, ich halte mehr Lebensfülle in meinen Händen als am Anfang des Jahres. Schenke du uns Hoffnung für Veränderungsprozesse. Wir ehren dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Haben wir einen Song? Jetzt nicht, ne? Wir haben später noch Songs. Dann sind wir jetzt dran als Gemeindeleitung. Hände inteleitung. werden wir vor